hallo meine lieben freunde das ist nur ein ganz kurzes info video projekt pleck ist wieder online das heißt es geht wieder weiter dieser wunderschöne spawn wir können wieder bauen nur der real life server erstmal aber es läuft einwandfrei es sieht super aus und wir freuen uns dass wir hier wieder spielen könnt also wenn ihr lust habt auf einem schönen server zu spielen wo es immer regen austausch gibt viele mini spiele ein skyblock server noch mit ein creative server dann folgt den link in der beschreibung und spielt ein bisschen hier auf dem server es ist immer lustig gibt ein teamspeak server also schaut euch das an bis dann ciao ciao